31,86 Sekunden, Glickhäftezeit. Doppelzahn für Dommel-Groalik, Dommelzahn, Optical 5, 34,86 Sekunden. Letzte Zeit für Rainer Bruleide, 47,87 Sekunden, Hünderlitz Nummer 7, Vorläufe des Marathonergebietes, 69,85 Sekunden. Lassen Sie uns die Doppelzahnung für Rainer Bruleide, Dommelzahn, 7,87 Sekunden, Hünderlitz Nummer 7,79,85 Sekunden. Im Preis der Firma Martin-Logistik-Lattwerken im internationalen Marathon zum CIO 2014 geht es weiter mit einem Gast aus dem Niederlanden, Gerhard Leiten, die Pfann Nummer 66 in der 1 mit 41,12 Sekunden Aufgang im Feld. Vielen Dank für die Doppelzahn, Gerhard Leiten, die Pfann Nummer 66 in der 1 mit 41,12 Sekunden, die Pfann Nummer 86 in der 1 mit 41,12 Sekunden.